So, hallihallo ihr Lieben, hier ist die Abby, ich habe hier die Lina Leopard Moon hier getroffen, ich wollte hier das Championat machen und ja, ich bin ganz ganz knapp hier bei der Sache jetzt und äh, oh, es geht auch schon los hier, ja, ich wollte mal schauen, ob ich, ob ich die Lina hier besiegen kann, aber ich glaube es nicht, sie überholt mich jetzt hier auch schon, ja, äh, mein, ja, mein, ähm, ja, äh, ja, mein Mawari, der ist ja noch nicht mal ausgelevelt, der ist gerade mal levelt, 2 und die Lina, die ist aus, die an mir vorbei, das gibt's ja nicht, ja, nee, das ist, äh, war ja, war ja nicht anders zu erwarten, das war übrigens hier das, ja, Championat, beziehungsweise, äh, ja, das Championat in, äh, Fort Pinta, das war 3, nee, warte, ups, ja, das war 13 Uhr und da waren noch nicht so viele Teilnehmer dabei, bin natürlich hier in Championatsgruppe 1, ist klar, äh, ja, jedenfalls hat sie uns alle hier abgehängt, aber ich bin mal gespannt, also, schade, dass ich jetzt hier den Mawari hab, hätte ich jetzt hier ein anderes Pferd gehabt, da weiß ich nicht, da wär's vielleicht Kopf an Kopf gewesen oder so, könnte ich mir mal so vorstellen, aber wir sind ja alle ein bisschen schlechter und jetzt überholt mich auch noch die, äh, wie heißt sie, ah, ich kann's jetzt nicht, kann ich nicht erkennen jetzt, ups, jetzt hab ich hier fast vergessen zu springen, ich bin nämlich, ähm, äh, ich bin nämlich hier schon, äh, länger nicht mehr geritten, also, ich hab schon länger keine Championate mehr gemacht irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich find die neuen Zeiten auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich kann natürlich hier niemanden mehr jetzt, ach so, wir sind auf den dritten Platz, ne, da, dann geht's ja, auf dem dritten Platz, na, ja, ist ja nicht schlecht, ne, ich meine, mein Mawari ist grad mal Level 2, und, äh, ja, die Kleidung ist aber gut, also, Ausrüstung und Kleidung ist sehr gut, und, äh, ja, da kann man schon mal, ähm, ja, ist es möglich, also, ist es machbar, ja, okay, der Platz 3 ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber ich glaube nicht, dass ich sie jetzt noch hier einholen kann vor mir, ja, ich weiß nicht, oh, ist sie stehen geblieben, hä, bin ich jetzt, ah, ne, hä, doch, ich war richtig, ich dachte jetzt, ich bin jetzt irgendwie vorbeigeritten, so, okay, dann machen wir hier drüber, hopp, sehr, sehr gut, okay, da sind wir der Platz Nummer 3, im Fort Pindar Championat, obwohl ich mag dieses Championat eigentlich auch sehr gern, ist zwar nicht mein Lieblings Championat, aber ich mag's ganz gern, ja, wie gesagt, die Zeiten, die finde ich richtig cool, also ab 6 Uhr bis, äh, ja, 23 Uhr können wir jetzt jeden Tag Championate machen, jede Stunde, also immer um, also immer um, ja, um 6, um 7, um 8 und so weiter und so fort, und, ähm, da hat gerade jemand was geschrieben, konnte ich nicht lesen, ja, und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja, ja, jetzt warten wir mal hier ab, die Lina ist, glaube ich, schon weg, wie es aussieht, oder ist sie jetzt schon weg, ach, schade, ja, liebe Lina, falls du das Video hier siehst, ich grüße dich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle, ja, super geritten, auf jeden Fall, zumindest, was ich noch gesehen habe, so, also, herzlichen Glückwunsch an die liebe Lina Leopard Moon, ja, und ich bin jetzt hier Level, äh, Quatsch, ich bin Platz 3, das ist ja, das ist ja super, ja, da schreibt jemand Abby, ja, scroll mal hier kurz noch den Rest so durch, er könnte selber nochmal schauen, ich glaube, das sind auch nicht, ich, äh, ich glaube, das ist auch bloß diese eine Gruppe jetzt hier gewesen, wie es aussieht, ja, sieht so aus, so, genau, da grüße ich doch hier an der Stelle mal die Alexis, die Antonia, die Holly, die Tia, ja, euch grüße ich ganz, ganz herzlich, so, okay, perfekt, oh mein Gott, ja, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt, ich, wie gesagt, das war jetzt einfach mal hier so eine Spontanaktion, und, äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video, oh, jetzt hat sich die Lina ausgelockt, ausgelockt, schade, sehr schade, naja, egal, äh, ich würde das gerne später mal versuchen, wenn, ja, wenn mein Pferd ausgelevelt ist, wie es dann aussieht, so, okay, ich würde an der Stelle jetzt dann doch gerne, ja, das Video beenden, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei, sie versucht gerade hier einzuparken, wie es aussieht, ja, okay, also, wie gesagt, äh, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, ja, das war ein sehr, sehr kurzes, kurzes Video, aber okay, so, dann bis bald, ihr Lieben!